Wir befinden uns im OZ CIDE Premium mit einer wunderschönen Poolanlage, inklusive Kinderpool, einen großen Pool und einen Rutschenpool. Dort hinten befindet sich der Zugang zum Strand. Wir haben hier ein Hauptgebäude und zwei Nebengebäude. Es gibt eine Außenterrasse mit einer wunderschönen Lobbybar und einem guten Restaurant. Auch für die Kinder gibt es einen Spielplatz und ein schönes Kids Club. Die Dinosaurantikale wurden in den Hüte, wo er den GRP und die Kinder haben. Das ist die Roberts collection. 權kirche. Die Dinosaurantikale wurden in der Uhr im Geist. Die Dinosaurantikale wurden in der Uhr im Geist. Das ist die Dinosaurantikale. Das ist die Dinosaurantikale.